hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video von gocrypt.de kompakt serie video 74 der bitcoin standard von cypher dn amos heute in kapitel 9 wofür ist bitcoin gut das vierte video dazu und da die wertschöpfung aus der wirtschaftlichen produktion immer häufiger in form von immateriellen gütern erfolg sinkt der relative wert von land und physischen produktionsmitteln wodurch auch die erträge aus der gewaltsamen enteignung dieser physischen produktionsmittel sinken ja worum handelt es sich hierbei das produktive kapital wird immer mehr durch die einzelpersonen selbst verkörpert was die gefahr einer gewaltsamen enteignung dieses kapitals immer schwerer machte da die produktivität einer einzelperson untrennbar mit ihrer zustimmung verbunden ist ja aber wie war das denn in der vergangenheit und da habe ich das beispiel eben jetzt hier mit aufgegriffen denn als die produktivität und das überleben der bauern an das land gebunden waren dass sie nicht besaßen war die androhung von gewalt ein wirksames mittel um sie zu mehr produktivität zu zwingen und so den grundbesitzern einen höheren nutzen zu bringen die starke abhängigkeit der industriegesellschaft vom materiellen produktiv kapital und seiner materiellen produktion machte die enteignung durch den staat ebenfalls sehr einfach wie das 20 jahrhundert gezeigt hatte doch was hat das ganze eigentlich mit bitcoin zu tun fragt sich der ein oder andere vielleicht jetzt aber das eben auch zurückgebrochen auf das geld als tauschmedium sozusagen weil bitcoin eben geld ist und da jedoch die geistigen fähigkeiten des einzelnen zur wichtigsten produktivkraft der gesellschaft werden verliert die gewaltsame bedrohung nach und nach ihre wirkung da man leicht in andere länder auswandern kann in denen man nicht bedroht ist und da hilft bitcoin eben eindeutig weil ich hier keine großen sachen bewegen muss oder sonstiges sondern eben nur im besten fall sogar nur 12 24 wörter in meinem kopf habe und damit eben jede wallet wiederherstellen kann die ich jemals erzeugt habe mit diesen seed phrases und das ist eben ein enormer vorteil weil der die auch nicht entwendet werden kann der kann nicht konfiziert werden oder sonstiges deine bitcoin gehören dir und das ist eben ganz wichtig im kopf zu behalten ein letztes stück im puzzle der digitalisierung fehlte jedoch und zwar der transfer von geld und wert bitcoin und die kryptographie im allgemeinen sind defensive technologien da die verteidigung von eigentum und informationen günstiger ist als ein angriff auf sie und das haben wir eben auch schon dann uns angesehen wenn wir über die hashrate sprechen oder eben die sicherheit des ganzen netzwerks von bitcoin ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten mal wieder mit dabei seid bis dahin nur das beste ciao